Ich bin Ivo, Sieger der FC St. Gallen Event AG. Im Zusammenhang mit der Strategie 2025 vom FC St. Gallen haben wir ganz hohe Prioritäten in der Digitalisierung. Wir haben in den letzten 18 Monaten sehr viel im Digitalisierungsbereich bewegt. Es steht jetzt noch eine neue App an, die in den nächsten 6 bis 9 Monaten auch noch umgesetzt werden sollte. Hier möchten wir die Prozesse möglichst automatisiert umgesetzt haben und arbeiten mit Produkten aus der Welt von Abacus in den nächsten Monaten sehr intensiv an diesen Projekten. Mein Name ist Patricia Braun und ich bin HR-Bereichsleiterin. Wir haben dieses Jahr mit dem Abacus-Mitarbeiterdossier gestartet und haben jetzt die Möglichkeit, die Lohnabrechnung und die Lohnausweise unseren Mitarbeitern elektronisch zur Verfügung zu stellen. Dadurch können wir natürlich den ganzen Aufwand sparen vom Einpacken und auch die Kosten, die wegfallen aufgrund des Postversandes. Auch unsere Mitarbeiter haben das sehr gut aufgenommen und sind sehr positiv mit Rückmeldungen zu uns gekommen, weil sie jetzt jederzeit die Möglichkeit haben, ihre Lohnabrechnungen und Lohnausweise überall einzugesehen. Weiter werden wir mit dem Bewerbermanagement starten. Auf das freue ich mich persönlich sehr. Dadurch können wir ganz viele Prozesse optimieren. Wir können die Prozesse digitalisieren. Und die jensten Schritte, die wir jetzt momentan noch manuell machen, wie Eingangsbestätigungen etc., werden dann entfallen. Ich bin Niklas König, ich bin der Financial Controller vom FC St. Gallen und ich arbeite täglich mit der Abacus Business Software. Im Zug der Digitalisierung sind wir diverse Projekte am Umsetzen. Eine große Erleichterung für uns wird darstellen, ist die Digitalisierung der Spesenabrechnungen mit Abaclicke. Im Moment findet der Prozess bei uns noch in Papierform statt und dauert dadurch natürlich sehr lange. Wenn einer unserer Trainer auf einer Auswärtsfahrt seine Mannschaft pflegen möchte, dann muss er die Belege sammeln, er muss sie zurück auf St. Gallen bringen und unserem technischen Leiter übergeben. Dann gibt er die Belege anschliessend frei und übergeben sie dann mehr. Ich muss die Belege scannen und kann sie dann auszahlen. Der Prozess dauert natürlich sehr lange. Dann mit Abaclicke kann der Trainer direkt vor Ort den Beleg scannen. Und der technische Leiter sieht dann den Beleg auf seinem Handy, kann ihn frei geben und ich muss dann noch die Zahlung auslösen. Mein Name ist Nico Neiff und ich arbeite seit zweieinhalb Jahren im Sponsoring-Innendienst. Seit dem ersten Arbeitstag darf ich zusammen mit Abacus Business Software arbeiten. Es ist für mich ein sehr einfaches und übersichtliches Programm. Alles fängt an im CRM, wo wir unsere Partner von A bis Z erfassen. Weiter geht es bei der Projektverwaltung. Dort erfassen wir unsere Projekte und bearbeiten. Durch den ganzen Zusammenhang vom Abacus ist es für uns sehr einfach zu faktorieren. Es läuft schon fast automatisch. Durch wenige Klicks ist es möglich, im Report Liste noch von unseren Partnern zu suchen. Die sind sehr übersichtlich und wir können sehr gut mit ihnen zusammenarbeiten. Mein Name ist Raphael Kohler. Ich bin CEO der Firma ACCEPT. Die Firma ACCEPT ist schon ein langjähriger Abacus-Vertriebspartner vom FC St. Gallen. Wir dürfen den FC St. Gallen schon viele Jahre in Digitalisierungsfragen begleiten. Wir sind stolz auf diese Kooperation und begeistert, wie sich der FC St. Gallen nicht nur auf dem Sportplatz immer wieder engagiert zeigt, sondern auch begeistert ist von neuen, modernen und innovativen Lösungen rund um das Thema Abacus, das wir gemeinsam umsetzen dürfen. Wir sind überzeugt, dass der FC St. Gallen schon heute zu den innovativsten und modernsten Sportklubs zählt hier in der Schweiz. Was ist in der Schweiz? Untertitelung des ZDF, 2020